Warum gibt es hier keine Predator Drohne mehr? Ja doch, gibt es Cluster Missiles. Ja, wieso heißt sie nicht Predator? Predator. Das ist nicht nur eine Rakete, sondern Cluster Missiles. Eine Rakete wäre viel cooler. Nein, Cluster Missiles. Um ein bisschen Kriegsabricht zu begehen. Oh meine Fresse, ich muss weg, ich muss weg. Hilfe doch jemand! Wohoh! Woh-huh! Was habe ich noch dabei, was ist denn das jetzt? Boah, keine Ahnung. Ich vermiel auf der Map hier gar nicht mehr zurecht. Das ist ja ja absurdes Chaos. Das ist doch normal, du hast doch doch dahin geschmüllt. Oh nein, 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 nein! Ich dachte an der Konto Drohne, ich dachte an der Konto Drohne, ich bin ich werde so ein scheiß ich bin ein bisschen auf das Hausdach gescheuert meine killstreaks sind alle ins nichts gegangen ja meins auch, meins liegen aufs Hausdach du, der ist aber wütend auf mich der hat auf meine Löcher aufgeschüttet das ist halt cool Counter UAV ist returning to base Cover deployed Hostel UAV active Einzel Katrona Akten Somersche ich glaube ich sag das was für mich gerade relativ gut läuft aber da spielt man eigentlich was er kommt schießend um die Ecke was ist mit ihm los das hätte ich wahrscheinlich verletzt ich bin gerade richtig wütend ich bin gerade davon nicht los ich höre dich ich höre dich ich glaube die Campte mitlegen wir ich treffe ihn nicht, er springt und ich treffe ihn nicht find sich eine Drohne in der Luft also Simon, du würdest schon sagen, wir merken wie alt wir sind, oder? was, wieso? er springt und ich treffe ihn nicht wir kommen dieses jumpige Gameplay nicht mehr dran, klar wir werden alt warum kann man hier auch nicht vernünftig dropshotten warum kann man hier auch nicht vernünftig dropshotten das ist ja gottlos du Spieriger ich hätte das damals auch gemacht hä, wir hatten das das hat damals jeder ne, er wurde einfach gerade gelasert von keine Ahnung was ist gelasert? ja wohl, ich hab gezammelt, jetzt wird mich da der Imperator achst du das war ich du ne, ich glaub also wer gut Robert Habeck, jawoll da oben steh ich man, wie gut es ist, ey naja, wunderbar ja 26 WTF für ein Dreierquote ist das nicht verkehrt WTF ich muss die FPS hier so viel besser nein das kämpfe ich nicht wenn du ein paar Attachments reingeschalten hast wirst du mein Bild haben mit dem ich diese ganzen Dreierk im Dreierkadies gemacht habe ich hab keine Attachments ne ich werde weg, ich werde weg, ich werde weg ich werde weg ist ok, ist ok ich werde weg ich werde weg nein oh Gott ja ich werde weg hoch und bei tropisch ich werde weg mit Und hinten, natürlich, natürlich, spawned einer hinteren Bösenkopf. Es ist 7 und 14, wie A10 kommt. Robert Habe, 5 Killing. Oh mein, Frisse. Meine eigene S-Mind hat mich gebraucht. Jawoll! Jawoll, Simon! Du hast mich so hart gerade. Ahaha, zu spät. 69, nice. Na gut, die Gegner waren jetzt irgendwie ein bisschen schlecht. Ja. Ahaha, da war Reinspring. Na ja, immer schießen dann rein, eben. Da hast du eine Chance, die zu treffen. Ja, weil da kann die Variante sein. Die Dinger heißen ja auch nach Sachen, die wir aus dem Cliff kennen. Ja, das sieht cool aus. Was? Ja, das zieht Robert Habe, gar nicht. Also, ich weiß nicht. Das Ding im Scope ist halt, es hat eine klare Sicht, es ist verstellbar. Und oben hast du so einen Standard-Iron-Side, wenn du ganz auf Close-Water-System-Age musst. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin EZE. Ich weiß nicht. ich bin hart pass auf sie wissen ne die treffen jetzt halt auch wieder in den nisch ne? na doch, ein, ah zwei sogar dass man sagt, desto mehr vielleicht man sich da so ausgenehmt oh Gott, mein aim war grad für Kartoffeln, Alter GG gut, gut, ich pack halt alle drauf, was ich hab ich pack auch was geht na, das wird nix das spür ich ja hast mich verkauft, oh mein ich bin in dem scheiß cool ich hab nen Schattenfahrer das läuft ja grad schon wieder wie nen Rollstuhlfahrer es rollt also jetzt fall doch um das ist doch einfach nur X oh scheiße das war ein Luftschlag ein Luftschlag war das? ne, glaub nicht ja, was jetzt ein Schlag aus der Luft wie war das ein Rollbang? ist natürlich echt gut ich find keine Gegner mehr weil dann weiß das Team ja, solange wir UAVs haben, ist ja alles schon mal die haben Hass gegen mich nicht trittst die drittsten Tackle Sprintmuster ah das ist ein der Massenhischung ich schwöche richtig kompliziert das spiel da kommen viele ja, der ist noch einer sehr gut das ist Astian noch einer rechts zwei rechts scheiße ich hab sein Bein weggeschossen nice na, ich bin doch gestorben Mission complete Solid work Immolition erfüllt Guter Arbeit Robert Habe oder was ist das denn Skog? Möbelstein LMK das ist kein keine Ahnung aber wie das ist kein Elkhorn das ist kein Elkhorn ist sicher? ja ich sag's glaube schon ich sag's immer Elkhorn